Hallo Leute, ich wollte euch heute nur mal noch kurz sagen, ich würde mich entschuldigen, dass die letzten paar Wochen, ich glaube es ist mittlerweile ein Monat, keine Videos mehr gekommen sind. Es tut mir leid, ich habe in dieser Zeit private Sachen erledigt, neue Sachen für Youtube erledigt und wie man sieht ein neues Intro wahrscheinlich bei diesem Video, ich bin mir noch nicht sicher, aber ihr werdet es dann gesehen haben. Dann die nächste Neuerung, ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich habe ein neues Mikrofon und zwar das T-Bone SC440. Es folgt noch ein Review auf dem Kanal mit dem T-Bone SC440. Ja, dann wollte ich euch noch was sagen, die Tage wird noch ein Livestream kommen und dann fängt es auch an, wieder regelmäßig Videos zu kommen. Genaueres kann ich euch noch nicht sagen. Wann es sein wird, wahrscheinlich diese Woche, nächste Woche. Ja, aber bis dahin werden wir es noch sehen. Ich klicke es jedenfalls auf Youtube an, auf Twitter. Und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal und auf Wiederspielen.